Hi Leute, heute ist auch schon der Zwölfte und den mache ich jetzt mal auf. Und es ist eine Wurzelbürste drin. Die sind für mich eigentlich ziemlich wertvoll und das mache ich jetzt mal auf. Ich habe es jetzt nicht aufgekriegt, aber am Ende dieses Videos, also am Ende des letzten Videos von dem letzten Teil, zeige ich euch nochmal eine große Übersicht und da könnt ihr es nochmal genau sehen. Genau. Heute ist auch schon der 13. Dezember und den suche ich jetzt mal. Also hier ist der 13. Dezember und den mache ich jetzt auf. Oh, wie niedlich. Das ist jetzt das Eichhörnchen. Und das packe ich jetzt mal aus. Genau, hier ist es. Das habe ich schon, aber man kann Eichhörnchen eigentlich nie genug haben. Das ist auch voll süß. Genau. Hi Leute, und heute ist auch schon der 14. Dezember und den mache ich jetzt mal auf. Hier ist jetzt diese Box drin. Das ist eigentlich ganz cool, weil die brauche ich. Also ich brauche Boxen, weil ich habe, also Putzboxen, weil ich habe sehr wenige davon. Und ja, und die war auch schon ausgepackt. Genau. Hi Leute, heute ist auch schon der 15. Dezember und den suche ich jetzt mal und mache ihn auf. Also heute schon mal dieser mega süße Hund drin. Ich habe ihn jetzt gerade schon ausgepackt. Der war eigentlich nur eingepackt. Aber der ist so cute. Findet ihr nicht auch? Aber ja, das war es dann auch schon für heute. Heute ist das schon der 16. Dezember und den mache ich jetzt mal auf. Da sind jetzt rote Äpfel drin und da kann ich hier auch endlich mal wieder ein Pferdeäpfel mitpainten. Aber die packe ich jetzt nicht aus. Hi Leute, heute ist das schon der 17. Dezember und den mache ich jetzt mal auf. Da war jetzt das zweite Küken drin. Jetzt habe ich drei Küken, weil ich jetzt das andere Küken, das vom letzten Jahr und jetzt das. Also ich weiß nicht, weil ich jetzt so viele Küken soll. Aber das lasse ich jetzt auch erstmal eingepackt. Ich habe es jetzt doch nochmal ausgepackt, damit ihr es richtig sehen könnt. Jetzt ist auch schon der 18. Dezember und der ist hier. Genau. Warte, wo ist der? Hier. Ein Hundeknochen. Wie cool, ich habe es ein. Und Hundeknochen kann man immer gut gebrauchen. Ich packe den jetzt ein bisschen aus. So sieht es jetzt ausgepackt aus. Und das war es heute auch schon für den 18. Hi Leute, heute ist auch schon der 19. und den suche ich jetzt mal und mache ihn auf. Genau, da ist ein Halfter drin und das packe ich jetzt mal aus. So sieht es jetzt ausgepackt aus. Das ist so ein kleines Fohlenhalfter eher. Aber trotzdem, ich habe irgendwie voll wenige Halfter und ich habe eins auch mal kaputt gemacht. Und deswegen freue ich mich darüber voll. Genau. Heute ist auch schon der 20. und den mache ich jetzt mal auf. Also hier war jetzt der Einer drin. Nur ohne diesen Henkel. Vielleicht kommt er noch oder die haben den vergessen da rein zu tun. Aber so ist er auf jeden Fall auch gut. Und ja, das war heute drin. Heute ist auch schon der 21. Und den mache ich jetzt mal auf. Der ist hier oben. Und die Decke ist drin. Das ist die Decke von Hannah. Nur in Fohlen. Und das ist auf jeden Fall richtig cool. Ja, genau. Das war heute im 21. drin. Und ja. Das war heute drin. Und das war heute drin. Amen.